Ja, ich darf Ihnen heute also die Creative Commons Lizenzen erklären. Die Frage ist, warum natürlich Creative Commons und nichts anderes. Das liegt also darin begründet, dass das ein Verband ist, ein Verein ist, der sich weltweit darum kümmert, für jeden Staat angepasst, also Lizenzen, was das Urheberrecht betrifft, zu veröffentlichen. Und zwar so, dass man das im Wesentlichen auch wirklich weiß, in welchem Land, wie das angewandt wird und das auch verständlich erklärt ist. Warum das so wesentlich ist, ist, weil das das Urheberrechtsgesetz und die Lizenzierung in jedem Staat eigentlich aufgrund der staatlichen Regelungen anders ist. Die Extremfälle ist der angloamerikanische Raum, der also Fair Use Prinzip hat, wo im Prinzip also mal grundsätzlich kein Urheberrechtsschutz besteht und man das durch das Copyright erst festlegt. Und Fair Use heißt, ich kann grundsätzlich alles verwenden, wenn ich es entsprechend zitiere, benenne und so weiter. Im Gegensatz dazu, das mitteleuropäische Urheberrechtsgesetz ist sehr stark. Man hat also auf alle Ideen, die man irgendwie veröffentlicht, also sofort einen Urheberrechtsschutz per se. Und da gibt es dann also Regelungen, wie man diese dann eben wieder freigeben kann. Und das ist auch sehr kompliziert. Also wer Debatten miterlebt hat in der Europäischen Union, also gibt es auch dort noch keine einheitliche Regelung. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das wahrscheinlich auf lange Sicht auch gar nicht möglich. Und deswegen gibt es verschiedene Arten der Lizenzierung. Und Creative Commons ist eben eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich eine sehr schöne Möglichkeit. Und deswegen stellen wir diese auch hier etwas näher vor. Creative Commons im Wesentlichen sieht mehrere Lizenzmodelle vor, aber wesentlich sind einmal drei, weil die drei sind also die sogenannten offenen Lizenzen. Das Erste ist jene, die CC BY SA schreibt. Ich erkläre jetzt also die einzelnen Teile. CC würde stehen für Creative Commons. Damit wissen wir, dass es eine Lizenzierung nach Creative Commons ist. BY würde heißen, dieses Material, das unter dieser Lizenz tatsächlich online gestellt wird, verlangt also dann die Namensnennung, wenn Sie es also weiterverwenden. Das heißt, Sie müssten zum Beispiel in meinem Fall schreiben, Martin Ebner. Und dann können Sie das Material weiterverwenden. Und SA würde verlangen, dass die neue Lizenz, also Ihres neuen Werkes, tatsächlich wieder unter die gleiche Lizenz gestellt wird. Das heißt, dass auch wenn Sie dieses Material adaptieren, verändern, wiederverwenden, dann ist auch das neue Werk unter CC BY SA zu stellen. Das ist die sogenannte Share-Alike Lizenz. Einfacher ist, man kann also jetzt hergehen und dieses SA streichen und sagen, eigentlich ist es mir egal. Es muss nachher nicht unter die gleiche Lizenz lizenziert werden. Dann heißt es nur mehr CC BY. Das heißt, dass diese Materialien unter dieser Lizenz würden im Wesentlichen so sein, dass sie veränderbar sind. Sie nennen also meinen Namen und können damit machen, was Sie wollen und das auch in eine komplett neue Lizenz stellen. Also auch mit der Idee, dass das Material noch viel offen ist. Und wenn ich auch sage, mir ist die Namensnennung egal. Also es ist mir wirklich egal, was Sie zum Beispiel in meinem Bild machen, dann können Sie eine CC 0 Lizenz verwenden. Das würde also Public Domain entsprechen. Streng genommen ist es in Österreich gar nicht möglich, weil Sie verzichten eigentlich hier auf das Urheberrecht mehr oder weniger. Das ist also eigentlich per se gar nicht möglich. Aber trotzdem können Sie sagen, hier ist es mir egal. Material unter CC 0 gehört quasi der Öffentlichkeit. Darum auch Public Domain. Diese drei Lizenzen werden als offen bezeichnet und sind im Sinne von OER die offenen Lizenzen. Und kann man dann mit einzelnen Bildern versehen. Man geht also zum Beispiel auf http creativecommons.at, schreibt also creativecommons.org zum Beispiel. Und dort können Sie dann auswählen, welche Lizenz Sie machen wollen und bekommen zurück eigentlich drei Teile. Und das ist ein sogenanntes Drei-Schichten-Modell. Sie bekommen als erstes, ich schreibe das in einer anderen Farbe, einen Kurztext dazu. Das liefert creativecommons. Und zwar ein Kurztext für all jene Personen, so wie ich und vielleicht auch Sie, also die juristisch wenig vorgebildet sind, einen allgemein verständlichen Text. Also das heißt, Sie müssen bitte den Namen nennen und diese Lizenz dann so weiter behandeln. Sie bekommen dazu aber auch einen juristischen Text, der rechtlich hält. Und das ist natürlich entscheidend, dass natürlich also im Falle eines Streitfalles dann tatsächlich klar ist, was mit diesem Ausgangsmaterial gemacht hätte sein dürfen und so weiter. Und das Dritte im Drei-Schichten-Modell ist auch ein Maschinenlesbarer Text. Das ist auf das erste Hinschauen vielleicht nicht so interessant. Maschinenlesbarer Text. Und zwar ist der natürlich für die Computerverarbeitung interessant. Das heißt, dass wir theoretisch aus diesem lizenzierten Material automatisiert auslesen können. Aha, das darf man weiterverwenden und dementsprechend in Portalen und Sonstiges das dementsprechend behandeln kann. Das Wichtige betonen noch einmal, also für die Leute, die tatsächlich OEA vertreten, sind das die drei offenen Lizenzen. Es gibt noch weitere Abstufungen, die so eine Halblösung aus meiner Sicht darstellen. Und zwar es gibt noch den Zusatz NC. Das ist also immer dieses durchgestrochene Dollarzeichen. Das würde heißen, wenn das in der Lizenz vorkommt, Sie können das also im Prinzip mit CC BY und CC BY SA kombinieren, dann würde das für Non-Commercial stehen. Das heißt, das Material, das Sie da jetzt vorgefunden haben, dürfen Sie verwenden, zum Beispiel Unternamensnennung, aber Sie dürfen es nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das ist etwas, das oft angedacht ist. Man möchte ja nicht, dass jemand anderer mit meinem Material Geschäfte macht. Aber das ist natürlich im Bereich der Bildung oft problematisch, weil gerade hier zum Beispiel in der Erwachsenenbildung, wo bezahlt wird für Kurse oder zum Beispiel in Privatuniversitäten, Privatschulen, kann NC dann nicht eingesetzt werden, weil das eine Form der Kommerzialisierung wäre. Darum raten wir auch immer wieder davon ab, das zu verwenden. Und die letzte Form ist das ND. Auch diesen Zusatz kennt Creative Commons. Das ist also ein Ist-Gleichzeichen. Und ND steht für Non-Derivation, also nicht veränderbar. Das heißt, würde ND zum Beispiel mit CC BY ND kombiniert werden, also als Beispiel-Lizenz könnte man verwenden CC BY ND, würde das heißen, dieses Material darf unter meiner Namensnennung verwendet werden, aber nicht verändert werden, genau so, wie Sie es vorgefunden haben. Jetzt könnte man sagen, was tut man damit? Naja, Sie können es zum Beispiel auch zur Verfügung stellen. Sie können es in Ihre eigenen Plattformen, Webseiten einbinden und Sie können es auch vor Publikum vorführen, aber eben nicht verändern. Das heißt also nicht selbst ein Bild dazufügen oder sonstiges. Das Material muss so bleiben, wie es ist. Das ist eine sehr starke Einschränkung, aber vielleicht auch eine Möglichkeit, um tatsächlich es zugänglich zu machen. Alle diese Möglichkeiten, wie gesagt, sieht Creative Commons vor. Wenn man auf diese Webseite geht, dann finden Sie dort einen Eingabesheet, können sagen, ich möchte, dass mein Material, dass man den Namen nennt, ich möchte, dass es unter der gleichen Lizenz wieder weiterverbreitet wird. Und was man zurückbekommt, ist ein Icon, ein kleines. Also ich mache jetzt zum Beispiel das CC BY Icon her, das schaut dann so aus, dann hat man CC stehen. Dann steht ein kleines Männchen dafür. Und dann kriegen Sie also so ein Icon zurück. Und hinter diesem Icon ist natürlich ein Link hinterlegt. Der Link verweist also auf den juristischen Text. Und was ganz wesentlich ist und man nicht übersehen darf, Sie bekommen eine URL dazu. Die also derzeit auf die gültige Version, also es gibt die Version mittlerweile, dass Sie zum Beispiel sagen, ich habe Version 3.0, 4.0, das bekommen Sie dazu. Also die URL, das ist irgendein HTTP-Link. Und diese beiden Dinge sind einfach mit Ihrem neuen Material zu hinterlegen. Das können Sie in Printmaterialien einbetten, auf Webseiten einbetten. Und damit ist völlig klar, dass dieses Material unter dieser Lizenz lizenziert ist.